tryhard plus so leute los geht es das mohap-duell wer zuerst ein mohap hat hat gewonnen und wir schauen doch mal was jetzt hier so geht gucken jetzt mal gemeinsam rein ich folge dir gerade auf schritt und tritt Marcel ich fühlst natürlich auch C4 Anton okay er kommt schon mit einer shotgun da freue ich mich natürlich schon drüber ich bin so geflasht man ich habe ich habe ich habe den weg das 2 noch zwei noch zwei noch nur noch Tinnitus gehört ja sehr gut ich glaube ich muss auch ACR spielen warum laufe ich jetzt hier mit dingens rum so pp90m1 so okay leute also gucken wie lange das jetzt dauern wird es könnte drei stunden dauern jedes video wir machen natürlich zwei unterschiedliche folgen ist natürlich klar leute ja was er alles schluckt ist krass also könnte lang geht nein die sind alle bei A alle bei A richtig geil freu ich mich grad voll und wo kommen jetzt ich weiß nicht mein gott die flächen die ganze zeit die ganze zeit wo kommt jetzt ich habe keine ahnung woher die kohle und bei c digger ich liege im rohr was schon der streake ich hab 4 kills am stück nein jetzt werde ich natürlich die quickscope alter digger so einen harten snipe kassiert jetzt müssen die ja langsam jemand mir entgegen flotter wie er da sitzt hör auf okay jetzt kommt die bestimmt von hier ja spiel zwar ACR ja klar egal ich habe zu zwei Minuten den gegner mehr gesehen ja digger ist auch grad bisschen low paced ich glaube es heißt paced und nicht paced low paced paced macht doch gar keinen sinn oder low paced oh ey was ist das sie kommen da bist du furcht mir sicher nicht ja ich werde die ganze zeit geflasht digger ich hab so lange kein kill mehr gemacht ich hab das erste mal einen gemacht seit ich glaub zwei Minuten ja wir haben auch nur vier gegner man es wird auf jeden fall so ne skillige sieben minuten morf ich klicke nur den vieler fly schnell ab ja der heli macht so den besten kill den ich jemals von dem 7er heli überhaupt in meinem leben gesehen habe vor meinen augen damit ich bloß nicht abkriege ja eine heli der ich bin ja auch niemanden jetzt habe ich meisterschütze der heli ist mein krypton ein 3er streak ich habe noch einer als würde mir auch noch geklaut digger guck ob das klappt ja es hat sogar wirklich geklaut wort der fag nein er ist da drin wenn er jetzt nicht holt ich komm mit dir warte der ist er links so hab ihn sind 1 vor specialist die kommen jetzt hier unten ok steht da ja du hast bessere laufwege gehabt specialist ok so wir haben noch zwei gegner nice mehr braucht man aber auch nicht gut warst du wieder gesniped hast du ihn geholt? ja ich hab ihn ja ich hab ihn ok ich hab jetzt auch eine firma streak digger naja nicht schlecht ein teammate sichert natürlich 10 gegen die zwei gegner anzahlen meint du das ist zeitlich möglich gegen zwei? oh da kommt ein stealth bomber hoff nicht ist er von uns wow hast du kassiert digger nein die sind hinter mir warte ich helfe dir ich helfe dir warte die kommen da ich will nicht changen er hat mich natürlich geholt mit so geprefiret doch mein leben ich hab jetzt auch specialist ne ich hab keinen specialist mehr sagen wir doch jetzt mal die 10 minuten moab rausgekloppt hat er gegen zwei gegner richtig geil digger richtig geil digger richtig geil digger ah wir kriegen einen gegner wir kriegen einen gegner ja ok 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 oh man digger wieso hab ich dann so reckless rein gechallenged ich werd ich lauf nur noch im scope rum digger mit stalker nein ich seh nur digger er war so hinter mir gib mir jetzt mal nen sniper hit mark alter das war auch ein wunderbar dass ich das geschluckt hab danach kassier ich nen pistol natürlich selbstverständlich finischt er mich noch damit das switcht er dann easy ja klar ok nein ich kann nein digger von wo denn kassier ich die nades nein ey was alles klar der anton alter mann wie oft denn noch von einer nade von bilu digger nice die quantum drone kommt mir gerade gelegen heißt der bilu oder was pilu heißt der mit p mann digger das sind die besten spieler der welt dieser david dieses grüne mänchen alter digger ich hab noch nie so gejumpt heute mw3 du bist so nachverschregen wenn du das siehst digger oh mein gott die übertreiben doch komplett ihren modus digger ich werd nur geflasht digger nur irgendwelche scheiße warte da jetzt ich sag ich krieg den kill aber nicht ab ja ich bin wieder auf 6er street gewesen und und choke einfach mein gesamtes aim mit fast denselben score digger ich warte die ganze Zeit auf halbzeit aber es kommt irgendwie keiner mann pilu digger pilu so jetzt aber komm alter mann digger wie oft denn doch werd ich geflasht ich lauf ich werd geflasht wie oft denn noch werd ich geflasht er hat nen taktikeinstieg hier ich krieg Aids jetzt stirbt doch man er stirbt nicht Marcel jetzt mach ich noch die schnellste mod auf der welt im ersten letzten gefecht digger im in beast mode ne schwach mit so einem kill pro minute ich weiß noch kennst du naja du kennst ihn glaub ich gar nicht kennst du noch asiali 80 natürlich digger weißt du was das beste bei ihm war und dachte ja früher erst so das über beast ne ja und dann hat er manchmal so gameplays raus gehauen wo er halt so 60 kills hat und die ganze Zeit kam so die übelst schnelle rockmusik aber teilweise du weißt ja wie es ist bei 60 kills da kann es gar nicht die ganze Zeit so abgehen ne 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 das ist teilweise so richtig witzig war einfach er kommt so übel zur musik und er läuft so zwei Minuten über die Map ohne den Gegner zu finden nea in digger army boy ja sechs aber trotzdem ich hab jetzt auch eine sechser streak bin so full flash wie noch nie in meinem gesamten Leben ich mach doch nicht schnell zum morf boah digger die haben halt auch echt nicht mal schlechtes ending länder teilweise der eine haust ein Nein! Was ist los? Der eine heißt einfach nur Augsburg, Digga. Augsburg 39, Digga. Sind nämlich auch bald Bayreuth. Ah, jetzt mach ich auch die schnellste Moab, Digga. Ich bin jetzt richtig... Ich muss jetzt so abgehen. Ich hab jetzt einen 8er oder 9er. Nein! Und liegst Thorn! Ey, mein Gott! Na, aber man könnte den schon im Moab drücken. Wow! Ja, kann man auch, aber... Ja, Digga. Irgendwie hab ich ja diesen Map, Alter. Die riecht mich grad irgendwie auf. Ja, wir können nicht, weißt du, wir spielen nie und erwarten, dass wir auf Hardheads, so ne übelst ne Close... Range Map, ne... Moab machen. Aber Village oder so wärs ne ganz andere, anderer Modus. Bock auf Interchange oder so. Bock auf Downturn? Schmerz. Digga, wie oft werfen die jetzt eigentlich jede komischen Flashnades? Digga... Frag nicht. Er sitzt einfach in der Ecke. Wie kannst du nur so... Unbeschämter sitzen, Alter. Unbeschämt. Ey, Digga... Ich pack halt nichts einfach. Digga... Das killt du halt auch an dich an dieser Stelle. Ja, ganz genau. Mann, aber guck mal, eigentlich geht das schon. Boah, wie kann man so verkacken. Jawohl, da hab ich schon den ersten Nate-Kill eingefahren. Nein, Digga... Die sitzen halt echt in irgendwelchen Ecken, Alter. Diese Gout-Kill... Jetzt mach ich... Armin Beast Mode! Jetzt geht's los. Bei mir geht's jetzt auch los. Let's go. Wie ich ihn mit C4 geholt habe. Wo ist der Typ? Ich höre ihn doch. Ich höre ihn doch! Sorry. Nice move. Oh, hier. Jumpshot. Ah, ich zauks, Mann! Ey, Anton, ich hab den Gameshot nicht laut genug. Du geschwörst dir. Mach ihn lauter, Bro. Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit nur Sound holen. Ist immer noch im Duell, so, letztendlich. Ja, stimmt. Er schafft dir die besten Konditionen, mein Lieber. Chill, Mann. Habt ihr zusammen den gleichen geholt. Der Typ checkt gar nichts. Ja, stimmt. Hör auf! Rodrigo! Nicht Sturzschaden sterben! Boah! Das war jetzt so knapp. Nein, ich war so blutrot, Alter. Ja, wie... Nein! Goat will, Digga! Warum Goat will? Jedes Mal die Drecksziege. The greatest of all time, Digga. Weißt du auch, wieviel es steht? Ja, ich bin so flash, Digga. Lass mich bitte einfach leben. Die sind da oben. Ja, ich chill hier grad, weil ich geflasht da bin. Als... Hab ihn. Okay. Ist hier noch oben einer, Anton? Keine Ahnung, ich hab... Hier oben hab ich zwei geholt. Was ist hier? Die sind bei... Nein, da hinten ein Headlitch. Das war's wieder komplett. Nein! Rodrigo. Hab ihn. Wieso spiel ich mit der PP90? Oh, Goat Will! Ey, Digga, ich muss irgendwie was anderes machen, Alter. Digga, what the fuck hab ich im Zeitraum verpasst? Alter Marcel, ich bin grad Invalide. Wie kannst du 13-1 gegen die stehen, Digga? Digga, weil ich der Beste bin. Ich glaub jetzt aber auch die... Wehe, die geht auf mich. Er kann mich nicht mal sehen. Okay, gut. Ja! Super. Digga. Ich brauch ne ACR, man. Hier unten lag doch vorhin ein, ne? Ich kann jetzt nicht wieder PP90 hier die ganze Zeit zocken. Nein! Nein! Ey, Mann! Ich hatte 12er-Streak oder so. Mein Gosh. Digga, die gehen ja mal wieder Triple Cap, Alter. Die spawnen überall, Digga. Digga, der Teammate wird so angeschossen, er checkt's noch nicht. Ist so lustig. Der eine Typ heißt fast Lichero, wie der eine aus Prison Break. In dem... Einen Knast. Ich bin so auf ihn drauf gesprungen. Digga, ich muss ACR einpacken. Warum spiel ich jetzt... Ja, Digga, das war so klar, Mann. Wenn ich da raus... Alter, Marcel, die Killcamps ist so schlimm wie die... Digga, die bewegen sich nicht, die Gegner. Ja, man braucht... Digga, glaub mir, wenn du Specialist hast, dann spielst du anders. Dann rapest du die direkt. Ja, dieser ACR hier, die nehm ich jetzt mit. Mit den geilsten Aufsätzen. Mann. Ey, Anto, du glaubst auf Pech nicht. Das glaubst du nicht. Wieder auf Specialist gestorben. Ey, aber du glaubst nicht wie. Digga, ich find das krass, dass wir... Oder war das Specialist? Ich weiß nicht, oder kurz vor... Ey, aber auf jeden Fall war es lächerlich, wie ich gestorben bin. Alter. Ich wacke gar nichts. Hör doch auf, Mann, ich komm, ich spiegle wie ein Invalide. Ich muss mich jetzt konzentrieren, Mann. Deiner ist hier drin, rechts. Teamate hat so verkackt. Ey, Anton, ich sterbe nur beim Waffenwechseln. Ich spiel hier grad BO2, Digga. Mit Doppeltap. Doppeltap. Was soll ich machen, Digga? Ich hab die ganze Zeit Dobby im Kopf. Kennst du Dobby von Harry Potter? Ja. Den Hauself. Nein. Fabio, Digga. Hör doch auf. Gratuliere zu... Ich mach einen Cloning irgendwie, ich weiß nicht. Ich stell mein Fallschaden nach einer halben Stunde. Alles klar. Ich mach also vom Gunfight und so. Kriegen die schon gut von mir. Aber bringt ja nichts hin, wenn weniger Map Control hat als... Keine Ahnung. Ich muss ein bisschen B sichern oder so. Ich versuch jetzt B zu sichern. Komm Marcelo, jetzt. Reiß dich zusammen. Nein, Digga, das scheiße 4 von dem Typen, Mann. Er heißt V12 noch irgendwas. Wahrscheinlich wär der ein 12 Zylinder. Nach dem... Mann! Der Lichero holt mich die ganze Zeit, oder wie der heißt, Mann. Marcelo, ich bin kurz vom absoluten Nervenzusammenbruch, Digga. Ey, Digga, nein! Marcel, Digga, ich halte es gleich nicht mehr aus, Digga. Ich verstehe nicht, wie du diese Lobby spielen kannst. Ich weiß nicht, ich geb den eigentlich ganz gut, Digga. Guck mal, wie ich steh, Digga. Warte gleich. Digga, wie ernst der Typ macht. Das ist ja krass, wirklich. Digga, Rodrigo hackt der? Warte mal, das werd ich jetzt sehen. 18 zu 15. Ja. Ey, Rodrigo hackt, oder? Guck dir mal ne Killcamp von Rodrigo an, bitte. Er war sich so sicher, dass ich komm, er hat mich gepre-fired. Ja, natürlich steh ich noch fast von Nate, das ist unfassbar, Digga. Meine Nase juckt auch mehr als alles andere, Digga. Pfff. Digga, Fabio. Ey, dieser Beat. Okay, ich weiß aber, welche Gegner du meinst, welche abfacken, Digga. Es sind schon so ein paar Über-Tryhards. Hekt er, Digga? Ich schwöre, bei manchen bin ich mir nicht sicher. Aber wir müssen ja nur noch zwei Mord-Duelle bis 20 Uhr schaffen, Anton ist doch kein Problem. Pff. Ich pack das glaub nicht, Digga. Ach, die ganze nur Scheiß-Pech, man. Wenn du willst, können wir nochmal, ich will auch gleich in eure Lobby suchen. Ne, ich weiß nicht, ich komm einfach auf die, auf... Mein Laufwege sind einfach... Ich spiel halt auch nicht gut, Digga. Aber... Aber die sind halt auch über die Tryhards, glaub ich. Digga. Der Typ holt mich die ganze Zeit... Ich versuch's nochmal einmal... Scheiß-Streak zu erreichen, Digga. Muss immer möglich sein. Ich hab schon das Über-Aim. Ich krieg ihn nicht hin da hinten. Digga. Achtung, Delta-T. Feindliche Aufklärung ohne Gesicht. Soll mal sichern die Mates. Okay, das T4 hat ihn nicht geholt, Leute. Habt ihr's gesehen? Oh mein Gott, hab ich ihn weggemacht. Oh, ich hab jetzt ein 7er-Streak. Kurz vor Specialist. Wenn du jetzt die Moab machst, Digga und ich spiel gar nicht mehr ernst, weil ich die ganze denke, in die Lobby kann man nicht richtig spielen. Jetzt machst du sie einfach, Digga. Wird sterben. Nein, nein, Licharo, Licharo, Digga. Er ist mein Kryptonite des Lebens, Digga. Boah, Mann, Digga. Ich bin grad Ends abgegangen kurz. Ich hab Licharo dafür den Turn seines Lebens grad gegeben. Er kann sich direkt umbringen. Shit, Digga. Hätte ich den Fight überlebt, dass er so die Schicksal ist, Digga. Warte, ich mach jetzt hier auch die schnellste Mal auf der Welt. Warte, ich bin hier so im perfekten Spot gerade. Werner ist hier unten. Mann, dieser, Digga, ich schwör V-Best 12. Ja, ja. Er hat anscheinend kein EMP gekriegt in der Sekunde. Ah, natürlich. Ey, so ist noch nie jemand gestorben in dem Spiel. Wir haben EMP eingesetzt und deswegen bin ich gestorben. Ey, Digga. No Chance. Ganz kurz hatte ich nen Lauf. Das war bei mir aber immer schon bei Mb3 so. Ich find's so unkonstant in diesem Spiel. Hier hinten ist noch einer. Oh, Turner des Todes. Jetzt mach ich auf einmal die Kills, Digga. Ich versteh's nicht. Ja. Dieser Best Fan, Digga. Ich weiß nicht, was er macht, ne. Alter, krank, Digga. Was für eine Empfindlichkeit der auch spielt, Digga. Ja. Ah, Rodriguez wieder am Start. Ob das auch von der Länge ist, was so die absolut beste Lobby, die es wahrscheinlich jemals gegeben hat. Ich bin krank, ist auch so. Boah, Fabio, mein Gott. Dieser Best Fan, Digga, der rapet mich halt. Ja, mich auch. Am Anfang hatte ich noch Eier so, aber jetzt hab ich auch keine Eier mehr. Das ist das Problem. Wir brauchen Eier, Marcel. Ja, brauchen wir auch. Wie einst dann Oliokan sagte. Was hat heute gefehlt? Wir brauchen Eier. Ja, ist auch so. Ja. Ja, out-aimt mich natürlich komplett. Du wünschst das Kill, du erwähnst es noch, Digga. Man, dieser Best Fan, weißt du, das ist ja das Problem, wenn du so einen kranken Trial im Genertim hast. Jedes Mal pre-aimt er dich halt wieder richtig. Ja, das ist ja auch so. Er spawnt einen pre-aimt sich halt direkt. Ey, Mann, es reicht mir jetzt. Was? Ich hab jetzt am Ende fast den gleichen Score wie du, obwohl ich die ganze Zeit so viel besser war, Digga. Die letzten Minuten kann sich wirklich keiner... Das kann man sich nicht geben, die letzten Minuten, wirklich. Ich mein's ernst. Gold will. Greatest of all time. I... Congratulations to you. Okay, Leute. Ich glaube, dass jetzt, in dieser Runde, die MOA passieren wird. Nur, wer macht sie von uns beiden? Hm. War jetzt Terminal, Alter. Willst du schon sagen, dass du so ein Terminal-Player bist? Woah. What the fuck, Digga. Schluss jetzt. Wo ist der Typ? Liegt der in der Sporttasche? Er lag hier irgendwo, keine Ahnung. Ja, Digga. Müssen wir jetzt spawnen jetzt. Okay. Komm, Marcelo. Kommen die bei dir entgegen? Einer kam. Niemanden geflasht. Da hasse ich's immer, Digga. Die Pream war immer so eklig. Ich habe einen neuesten MOAB Live Commentary auf Terminal gemacht. Nein, er liegt da oben. Oh mein Gott. Hast du ihn? Ja. Die kommen da gleich hoch, Anton. Wenn wir zu zweit bleiben, dann können wir's überleben. Nein, Digga. Ich wurde so hart angeheftet von der Semtex, Digga. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, Marcel, hättest du die Killcam gesehen? Ich spring auch noch rein so seitlich. Ich muss weg. In die Semtex. Belastend, ey. Ja, ich habe's gesehen, Digga. Ich habe gesagt, wir müssen stehen bleiben. So. Ähm. Okay, vamos. Schon wieder nade. Boah. Okay, ich habe Specialist. Man muss jetzt eigentlich nur Dingens spielen. Eigentlich nur den Meisterschütze spielen. Ja. Genau so. So. Genau so. Was ist eigentlich eigentlich für den Meisterschütze? Wenn wir beide in eine Runde Moab machen. Dann geht's weiter. Auch wenn du zum Beispiel die Moab als erstes erreicht hast. Ja. Ich wurde gesniped. Der Splitscreener ist so schlecht, Digga. Ich krieg die Krise. Der eine versuche mich zu snipen die ganze Zeit von hinten, Anton. Kümmer dich mal um den. Nein. 13er Streak Toad von Fabio. Nein. 13er. Die war so gut erspielt, Mann. Nein. Fabio holt mich auch, Digga. Mann, Digga. Die war so nice. Ja. Er hat mich dann auch geholt, weil er wusste halt irgendwann. Er hat mich sogar gewallbanked, Alter. Es gibt nichts Schlimmeres als gewallbanked zu werden. Boah, Leute. Das war ganz ärgerlich. Es hätte die Moab sein müssen. Ich habe sie so nice. Crispy clean habe ich gespielt. Das gibt es doch nicht, Mann. Ich habe nicht so ein filigranes Aim in MV3. Ich weiß nicht warum. Die kommen jetzt hier. Alle Mitte. Jetzt ist es Fabio, oder? Alle bei A jetzt. So, jetzt haben wir mal 4 Kills am Stück schnell gemacht. Ja. Der Typ ist so schlecht. Anton, hier sind 3 so über No Hands drin im Team. Ein geflasht bei dir. Ja, ich bin auch geflasht. Mein Gott. Er ist direkt hier, ne? Er ist direkt hier, ne? Natürlich. Ich bin auch geflasht. Ja, was soll ich machen? Ich sterbe jetzt. Ich bin geflasht. Nein! Mann, Digga! Handa, Alter! Weil ich schon wieder geflasht werde. Warum? Digga, ich habe doch Specialist, Mann. Warum bin ich nicht geschützt denn gegen Flash? Ich habe den heftigsten Double Term meines Lebens gemacht gerade. Holy fuck! Ich glaube, ich habe keine Pro-Perks, Digga. Deswegen bin ich nicht geschützt gegen Flashes. Meinst du? Das wäre voll unfair, Digga. Dann nehme ich diesen Preis nicht an. Ich habe keine Pro-Perks, ja? Weil ich doch hier gehighrankt wurde. Mein Gott, Digga. Tryhard doch noch mehr. Ja. Der Typ campt da auch richtig schön oben drauf, wa? Wie soll ich ihn da runter holen? Man weiß es nicht. Können die jetzt bitte mal kommen? Die sind da zu dritt. Ich, Digga. Specialist. Die sind direkt über mir. Was soll ich machen? Ja. Die campen da, Digga. Bei mir. Alter, die spielen so reudig gerade bei mir, ne? Marcel. Bist du Fabio, Digga. Bist du auch auch Specialist? Ja. What the fuck, Digga. Hast du ihn? Ja. Er hat sich so in die Luft gesprengt. Ja. Ich kriege ein Assist. Das war lächerlich. Holy shit, war das lächerlich. Das ist fast... Keine Ahnung, Digga. Ich dachte, ich sterbe mich jetzt fast. Ich werde so ausgerastet. Hier bin ich ein Easy-Kill, Alter. Eigentlich darf ich jetzt hier nicht hoch. Aber natürlich mache ich es trotzdem. Obwohl ich es ja eigentlich besser wissen müsste. Fast gestorben gefunden. Das ist so lächerlich. Nein, das ist noch einer. Das sind zwei, das sind zwei. Sauber, Digga. Das ist noch einer. Er sprengt sich wie in die Luft. Ja, ich hätte alle an. Auf B sind zwei, Todes, One-Shot. Nein, Anton. Du glaubst nicht. So einen Tod hast du noch nie bekommen, Anton. Wirklich nicht. Nein. Das war kurz vor Morph. Das war es jetzt. Du machst es jetzt und das war es. Aber das war die Szene, du... Ich habe so einen Tod noch nie bekommen. Warte kurz, Digga. I.Rare ist der schlimmste Trial der Welt, der ist reingejoint. Ja, die kann man holen. Alles gut. Ja, das war es. Digga, wo spawnen die denn? Digga, die kann bei jedem Tod Hand des Toten haben. Wie geht das? Ja, die müssen da jetzt auch spawnen, da wo du jetzt hinläufst. Du müsstest jetzt eigentlich freie Bahn haben. Ich bin Fabio. Ja, okay. Ey, es ist so lächerlich, Junge, Mann. Er hackt auch, er hackt auch safe. Es ist so lächerlich, Digga. Ich hätte ihn einfach nur messern müssen, Marcel. Weil ich keinen Messerreflex hab, Digga. Einfach nur Messern, Digga. Ich hab den Kill easy... Ich weiß nicht, wie kurz ich vorher war. Bestimmt 1 oder 2 Kills vorher. Weißt du, wie ich gestorben bin, Anton? Ah. Ich hab ja dieses, dass die Taktikausrüstung von Gegnern rot ist, ne? Ja. Ich gucke so um die Ecke. Es kommt ein C4. Das war komplett auf meinem gesamten Bildschirm. Es war so groß. Es hat mich direkt am Kopf getroffen. Hat mich One-Hit gekillt, obwohl ich den Schutz davor hab. Und es war so groß in meinem Bild. Ich hab richtig eine Panikattacke bekommen. Digga. Also wir hätten beide jetzt hier Easy-Demort machen müssen eigentlich. Fabio halt. Das war so klar, dass er mich... Man, dieser eine Typ mit seinem letzten Gefecht, man! Fabio! Digga! Wie steht der überhaupt? 1921, du Frechfratz! I-Rare ist auch der Todes-Tryhard. Mann, dieser Typ, Digga, hat seit... Wirklich, ohne Scheiß, seit 10 Minuten letztes Gefecht, Marcel. Weil er einfach nicht schafft, einen Kill zu machen. Ich weiß. Sein ganzes Leben, Digga. Schau mal, wie er da jedes Mal... Diese Scheiße hat man! Fabio! Alter, ich kann nicht mehr, Digga! Er sitzt nicht jedes Mal... Er hat dich ja auch geholt. Ja, ich hab nach links geguckt, deswegen. Digga, Mann, er ist so schlecht, Mann. Aber es reicht halt irgendwann, früher oder später, Digga. I-Rare ist der beste Sniper der Welt, Mann. Vielleicht kommt es auch noch einmal ins Vergnügen, von ihm gesnipet zu werden. Also, ich hätte die Mord machen müssen. Ich hatte einen perfekten Flow. Ich hatte zwei... War es I-Rare wenigstens? Ja. Ich war auch im perfekten Flow, Digga. Ich hab's echt... Es war eine echt geile Szene und so dabei. Naja, bei mir auch. Hier sind halt zwei der schlimmsten Tryhards der Welt drin. Achso, dieser I-Rare und so. Die machen so ernst, das gibt's ja nicht. Ah, ich hab grad so einen lustigen Kill gemacht. Ich hab mich einfach umgedreht und random ins Flugzeug geballert. Und Leute irgendwie... ...einbekommen. Kann man hier Hochleiter nähern, geht. Alle sind da im Flugzeug. Was macht ihr denn, Alter, da? Einer Taktik-Einstieg ja irgendwo eingesetzt. Ja. Natürlich. Best-Fan hat ne Mord. Ja, er hat ne Mord. Er hat ne Mord gewonnen. Damit hast du gewonnen, Best-Fan. Gratulation am Best-Fan, Digga, an dieser Stelle. Auf jeden Fall, Digga. 33 zu 3? Ja. Digga, das ist unfassbar, Marcel. Schau dir bitte den Kill an, Digga. Oh, Alter, Digga. Das sind so die Milliarden-Apflege. Das war Fabio, Digga. Das war Fabio. Heftig, Alter. Oh mein Gott, Digga. Er wurde so weggeaimt. Man, mein Tod war so behindert, Digga. Oh. Langsam kommt der Punkt, wo ich auch hoffe, dass du die Mord schaffst. Hehehe. Mach einfach du die Mord, Marcel, komm. What the fuck? Digga, das ist physikalisch unmöglich, was hier grad passiert ist. Hey, Rare ist hier mit der Sniper unterwegs, glaub ich. Hier hoch, ich bin mit dir. Nice, hast du die weggeaimt? Schön, Marcel. Die haben sich schön hintereinander gestellt, Digga. Boah, das sind alle im Headglitch bei der Teufel, Digga. Oh mein Gott, Digga. Das war sogar ein schlimmer Anblick grad. Ich guck da so und die stehen da alle. Ja, er wurde auch schon zerschnetzelt. Warte, ich versuch jetzt. Ja. Oida. Zivir lohnt sich manchmal schon. Ja, und ich krieg die Quittung. Sorry. Die Quittung, Digga. Kann man vielleicht noch ein tragbares Radar mehr auf die B-Flagge legen? Nein. Ich werd sterben, ich werd sterben, ich werd sterben. Nein, ich bin Fabio, Fabio. Ja, ja, so schnell, schnell, schnell ist das LTE. Wie kommen alle die Treppe hoch? Ich bin hinter denen, aber Fabio wartet jetzt eh noch als letzter hier. Ich hab sechs Kills hier gemacht, mal real quick. Da meinst du natürlich drei oder so. Nee, nee, wirklich. Hör doch auf! Killing Teammate! Oh, irgendwie hab ich Kill bekommen. So, dann hab ich jetzt auch mal einen Spezialisten-Bonus erreicht. Ja, kannst du jetzt die Mord machen. Oh, pass auf! Ey, Digga, Marcel, ich hab grad so einen Move gemacht, meine Zunge. Ich hab fast, meine Zunge ist so verschluckt, Digga. Die ist fast verstecken geblieben, Digga. Ich hab Angst, dass ich sie nicht mehr in die Ausgangsposition bringe. Ey, Digga. Ah, geil, Digga. Ich hab's da hingeaimt. Ich versteh nicht, warum bin ich gestorben jetzt? Wenn du deswegen jetzt gestorben wärst in real life, Digga. Timo hätte mich schon gerettet. Meinst du, er weiß wie das geht? Hätte er wie so eine Klaue in deinen Hals gegriffen. Ja. Deine Zunge wieder rausgesortet. Easy XP. Die MK14, Digga. Ich erinnere mich nicht mehr mehr an die Wärfel. Er stirbt da oben. Ah, danke, Mann. Er stirbt nicht, Mann. Ohne Meisterschütze ist es so belastend, Digga. Digga, ich schwör's dir. Das Spiel macht ohne Meisterschütze überhaupt gar keinen Spaß. Okay, ich hab... Du machst jetzt auch immer nur bei ersten zwei Kills, Digga. Okay, ich hab Specialist. Nice. Jetzt mach ich hier das... Die Beastmob. Ja, lauf mal vor. Hast du da noch passiert? Ich hab Angst da auch hochzulocken. Oh, er ist hinter Blumentopf, Digga. Wo ist... Wo ist du denn? Ich? Nein, er. Oh Mann, Digga, ich bin geflasht. Warte, 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 warte. Ich kann hochaim. Ich kann alles versuchen. Komm jetzt, er klemmt auf! FG9 oder wie die Scheiße heißt, Digga. FMG9, ja. Ich muss ihn jetzt... Ich camp jetzt anfangen, mir reicht's. Nein! Das wird direkt bestraft. Bitte, T-Mate, hol ihn. Bitte, aber ich hatte... Das ist der Splitsküner. Ave Marie... Ich hab's überlebt. Digga, wo ist der Typ? Ich bin tot. Alter, das ist doch unfassbar, Digga. Mann... A, Digga, A. Digga, Anton, von wo werde ich hier angeschossen? da und da und ich habe keine ahnung was er macht ja ich würde ich konnte noch nie so in die luft gesprengt ich hatte davor special ist es merkt okay das ist gegen gegner ist ich habe es mittiger 1 ich bin mittlerweile richtig gut waren gespielt also ich treffe jetzt auch alles ich nehme die flagge mit ein damit ich gleich meisterschütze bekomme ach hör doch auf bitte lieber gott man was lange mitgezählt herbert ist auch gejointed ich verstehe auch nicht mann die kommen die stinken sich alle sondern sonst bohr mit attenzieren oh mein gott anton das war heftig das war richtig heftig was ich oh mein gott das war nur richtig kranke szene mit dem c4 kill noch um mein gott nein herr mehr nein digga man wie schnell kann er laufen was ist der typ von abgefucktes formel 1 auto man ich hatte schon wieder specialist man ich muss mehr campen 3 kills herr mehr regt mich so auf digger stelle ich esse herbert und erfinden das wort nightmare cool hat er sich herr mehr genannt und coolsten namen der welt alter nein digga dies für mich nicht man warum ich wenn ich auf vierer street bin digga vier steht für lifestyle vier steht für die kobra wird gleich meine mutter ficken warte jetzt bin ich 1 vor specialist dann kann ich auch nicht vom heli gefickt werden nein herr mehr hat mich 1 vor specialist geholt digga anton das gibt es nicht ich spiele wirklich ich spiele wirklich gut ja rare hat jetzt die typ ausgepackt jetzt geht es los ich habe jetzt lsw scheidung aufgehoben ich mache jetzt eine hamburg premiere eine was machst du eine hamburg premiere wie kommst du darauf wegen red oder was ja er hat mit der lsw immer schon hart getryhardt damals aus so vielen sachen immer eine premiere ich habe ich habe schon im kopf aufgegeben weil dieser rare typ macht mir so angst digga alter digga das ist doch unfassbar man was hält es ist so anstrengend gerade für mich digga timo so jo bruder komm mal dann wenn es fertig ist kann noch zwei stunden dauern timo was fabio den turn seines lebenskartig aber nur weil ich letztes gefecht hat das meine obersten geschwitzen so schlimm digga jetzt mal gucken wer die beste der abschlusskamera erschafft muss er bei dem ist einer gespawnt gespawnt er hat so geschluckt ich nein natürlich rare 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 mit seiner type digga ja er ist der beste mit der type herb mehr er hat 6 oder 10 ich schwöre hat alle kills gegen mich gemacht ich schwöre alter fabio digga das ist doch unfassbar alter es war so schwer mit der abschlusskamera von uns so leute mission ist angesagt gucken ob die mob jetzt eine mission possible wird so denkst du kaius snipes ist schlecht oder hat er sich noch einen account gemacht und rapet uns jetzt richtig ich will es nicht wissen wir sind alle drei ich habe es fast geschafft was ist für ein geräusch der eine ist level 3 grünes männchen ja ich habe ein sound bug ist er weg was war das gerade ja aber der grünes männchen ist glaube ich ein neuer account das meinte ich ja ja eben ok ganz so schlecht ist er auch nicht ich wurde so out aim von halb stopp ah ne doch nicht so die nade ok schnell laufen schnell man ja und ich sterbe jetzt für white fox ja digga ja digga noch eine explosion vielleicht ok komm schon so ein belastenden laufweg na ok ich muss ja es gab einfach um sein leben wenn man ganz hat dass die kommt auch gar nicht klar die gegner ja er hat mich so gerailt obwohl ich so rumgeschaft habe so ich habe neuner streak alle gespawnt hier what the fuck digga ey what hack der teammate mit der mk 14 digga wie kann er sie so schnell gedroppt haben ja hier digga anton es ist ein splitscreener gejoint ne du musst es jetzt machen du musst es machen ich muss es aber auch machen ich muss ausgleichen kommers kommers ja ich wurde geflasht warte ich helfe dir ich lebe ich lebe digga das sind die schlechsten spieler der welt die reingejoint sind ich werde bitte nicht sagen diese MOAB gerade zu erreichen ist für mich gerade so wichtig ist mir egal wie schlecht die sind fuck digga ja ich bin tot nice wo sind die gespawnt ich weiß nicht du bist auf jeden fall zwei vor du bist so eins vor ok ich muss auch ne mord machen kommersel hau man nicht raus wenn du hast so veräumt mut ist okay so geklaut ah bitte lieber gott bitte lieber gott bitte lieber gott was hält ich hab so ein gefühl nein ich hab sie noch nicht digga ich hab so ein gefühl gehört dem körper wie kurzfartschiffen geklärt jetzt muss mit mir digga bitte nicht lieber gott nein was hält warte ich sehe sterne digga ich sehe jetzt schon sterne digga wirklich bitte nicht bitte nicht lieber gott jetzt war sie seine vorräte klaus wo sind die denn jetzt so angst digga wir verlieren sie mann ich will das auch nicht challengen weist ja ich hab sie digga hast sie ok ok leute wenn ich ausgleichen kann dann habe ich nicht verloren oh god danke wir verlieren sie was ist das wo ist er denn er ist doch hier unten fällig wäre ich jetzt gestorben nein nein ich bin fast deswegen gestorben digga digga okay iris okay ich bin schon große hier kommen doch und ich hatte ihn headshot digga auch 15 oder so das war es jetzt habe ich verloren das ich will sehen wir mich geholt hat ich habe der ersten kugel tot ich war mit der ersten kvele Tot abgesehen ok nein du kannst doch er sie schafft valeur schau mal die herschmer potem Aber für die Psyche war das ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Wow, Digger. Jetzt war Anton die Double Mob und demütige ich mich richtig. Digger, was, Mann? Was für ein Fallschaden. Digger, was? Nein, das gibt's nicht, Mann! Mann! Oh, ey, ist das ärgerlich, Mann. Digger, was soll man machen, Digger? Das ist ja zu krass, wie die hier spawnen. Die hören nicht auf, hier zu spawnen! Wie viel, was, wie, hast du gleich Double? Nein, 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 Digger, ich hab einen neuen Ausstieg, glaub ich, gehört. Also ich werde auch die ganze Zeit geflasht, Digger, ich weiß nicht. Ich bin Dauerflasht. Ja, ich veraimt wie in Noten, so, da sitzt einer noch bei dir. Hab ich. Alles veraimt gegen ihn, wirklich, ich hab noch nie so veraimt. Ich brauch' einen Meisterschütz, sonst seh' ich nichts. Ja, Anton, die zu... Ja, die spawnen da so schmackhaft. Alter, Marcel. Könnt ihr die Double, Digger? Ja, komm noch den Weg. Ja, er kommt nicht raus. Ich hab' ihn so angeschossen durch die Wand, what the fuck. Ich auch, ich auch. Was soll man jetzt machen? Wenn du hier genauso kontrollierst, will ich, dann hab' ich keine Zeit. Ich weiß nicht, wo die das A-10. Ich rasch jetzt aber auch einfach rein. Ja, wenn die jetzt nicht gespawnt, dann... Die Gegner haben wir eigentlich. Ja, ich wurde gekillt, Digger. Ich wurde gekillt. Zwei Gegner haben wir, du, das ist das Ding. Welches Schick bist du, muss ja? Äh, das schaff' ich nicht mehr mit zwei Gegnern. Ja, was soll ich machen? Jetzt wird mir der Killer noch gesteilt. Welches Schick bist du denn ungefähr? Keine Ahnung, Digger. Acht oder so. So, okay. Na gut, soll ich raushauen? Ne, warte, warte. Vielleicht kommt ja noch zwei Split-Screener rein und ich schaff's noch. Ja, das wär' krass, Digger. Ja, guck dir ihn. Auch ne, ich kurz vor. Ich glaube, ich hab' fünf vor. Double oder so. Ja, okay, krass. Mann, so gut war ich nicht, also. Jetzt auf einmal läuft's, ne? Das ist so lächerlich. Digger. Wieso seh' ich ihn nicht? Digger, wo sind die jetzt, Mann? Ja, jetzt, ich hätt's noch fast geschafft. Oh, Mann. Okay, Leute, also wir machen noch ein Warp-Duell auf Antons Channel. Checkt's auf jeden Fall auch ab. Dann sind wir erstmal raus. Anton hat hier gewonnen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Tschüss.